hallo leute und willkommen zurück zu ja wir sind ja im sasa in der sasa zuflucht angekommen ich versuche nur die zeit zu schlagen ich habe keine arbeit so langweilig man wird ganz schön stehfrig von nichts ja jedenfalls sind ja immer noch so ein bisschen hier am umschauen ich bin so beschäftigt bitte steh mir nicht im weg rum jetzt komm schon steh nicht im weg raum dann hilf wenigstens beim kellnern anstatt hier nur rumzulaufen ja bitte gibt mir was ja die etage haben wir jetzt auch komplett durch ja wir sind ja immer noch auf der suche nach einem der hundekrieger und wie ihr sehen könnt da ganz hinten wird es ein wird markiert wir haben bis jetzt ja immer noch nicht den ja und hier könnt ihr nämlich auch was sehen ein tor ein bambustor zwar aber nichts ist was soll es ist verschlossen sieht nicht so aus als sei es abgeschlossen wie sollen wir nur dieses tor öffnen ja das ist nämlich was ganz anderes das muss man nämlich ganz anders öffnen da könnt ihr nämlich auch was sehen ja stimmt jetzt kommt dieses miss ding ja ist so ein kleines mini spiel das man jetzt gleich machen muss und gibt es glaube ich auch mehrere versionen von ach jetzt wird auch tag ich dachte so lange ich hier bin wird nicht tag wie kann man jetzt noch mal irgendwie kann immer noch suchen genau naja oh wie ihr sehen könnt der hat ein kleines problem und wir kommen ja leider nirgendswo anders hinterum wäre zwar was aber da können wir jetzt mal nichts mit anfangen das heißt wir sollten mal mit ihnen hier sprechen entschuldige bitte warte bitte eine minute das ist das sasa badehaus die berühmte heiße quelle des gas hauses spatz aber ich befürchte das wasser ist uns ausgegangen wir haben im moment geschlossen was soll das heißen es gibt kein heißes wasser mehr das ist eine heiße quelle oder es passiert es passiert neulich das war eine art erdbeam ich dachte ich hätte ein monster brünn gehört dann hörte das wasser einfach auf zu fließen erdbeam und ein monster brünn ich frage mich ob das die störung war als alles schwarz wurde seitdem bete ich dass das wasser wieder kommt aber ich aber es gibt keine anzeichen dass das wasser wiederkommt so etwas ist noch nie zuvor lieber zuvor in der geschichte des sasa badehauses passiert es tut mir leid dass du den ganzen weg gekommen bist nur um enttäuscht zu werden ich gehe mir ich gebe mir selbst die schuld zur strafe werde ich in eine falle springen und mich selber braten das hilft niemand hör auf damit wir hassen es eigentlich sowieso zu baden bitte fließ wieder ich habe gebetet und gebetet und gebetet aber das wasser will einfach nicht fließen was ist es dass das ende des sasa badehauses ist trockengelegt es würde bloß meine ahnen dazu sagen wenn ich mal in eine pfanne zu springen werde ein passendes ende für mich ich habe es dir doch bereits gesagt wir baden nicht stimmt sein knoll haupt der geruch des bambus weg der erinnerung der bambus der sasa zur flucht riecht wie kein anderer ich kann es kaum erwarten zu beginnen mein bambus waren zu machen ich muss rechtzeitig zum fest fertig sein hey was ist der alte bambus typ oh hallo wölflein kleiner kobold danke euch danke euch für eure hilfe seitdem du die tochter des spazenbosses gefunden hast ist es wieder möglich in die sasa zu flucht zu gelangen ich wünschte ich könnte dir irgendwie danken gibt es irgendwas das ich dass dir das dir probleme verleitet probleme ne aber der spatz da drüben scheint probleme zu haben was ist los meiner spatz bitte lass mich allein ich muss die dinge richten ich will den anderen kein schlichtes beispiel geben wenn ich mein fleisch den göttern opfere dann werden sie die quellen wieder fließen lassen und schon geht es wieder los du möchtest dieses ausgetrocknete du möchtest diesen ausgetrocknen quellen wieder fließen lassen ich kann da vielleicht ein bisschen helfen was war das der bambus behälter auf meinen rücken reagiert auf unterirdische Mineralien ich sollte in der lage sein herauszufinden wo das wasser der heißen quelle ist du müsste du bist ja deswegen sicher ausfittertchen jo mein bambus lügt meine bambus salen lügen nie aber ich werde Hilfe brauchen nun sei ein gutes wölflein und grab mir ein loch es wird lustig wie ein spiel ja wie gesagt ein kleines mini spielchen danke euch danke euch danke euch beiden sehr gut ich werde das heiße quen im grabespiel erklären wenn das spiel beginnt werde ich anfangen umher zu laufen deine aufgabe ist schnell zu graben so dass ich tief runter komme aber sei vorsichtig es lauern viele gefahren unter der erde ich werde mich beim laufen auf das wasser konzentrieren deshalb würde ich Gefahren nicht ausweichen können und wenn ich zu schwer verletzt werde dann werde ich nicht weiterspielen können aber wenn ich tief genug hinunter komme dann werde ich dir zeigen wo das heiße quell wasser herkommt soll ich das spiel nochmal noch einmal erklären nein passt schon so gut dann lass uns das heiße quell grabespiel beginnen ja und wir müssen jetzt halt ja man kann fast schon sagen wie lemminge halt zusehen dass die lemminge ans ziel kommen benutze die dreieck taste und viereck taste um die blöcke zu zerbrechen begleite deinen gefährten auf den weg nach unten und zerbricht die blöcke die er anzeigt äh blöcke können verschiedene art verschiedener art sein achte bei einem abstieg auf die verschiedenen arten ne es gibt hier wasser blöcke hier blüten blöcke da gibt es noch sand ähm erde felsen und granit ne hier an so stachel klamotten an so stachelfelsen verletzt er sich und aus dem wasser kommt da glaube ich auch nicht mehr raus oder irgendwie sowas war das ne das spiel endet wenn das zeitlimit abgelaufen ist wenn du oder dein begleiter schaden nimmt dann wird die verfügbare zeit sogar noch kürzer sei vorsichtig du kannst zusätzliche zeit in den riesenknospen finden lass sie dir nicht entgehen äh probiere verschiedene göttliche pinseltechniken um felsen zu zerbrechen und voranzukommen ja kraftstreich äh mit kraftstreich kann man den zum umdrehen zwingen mit bomben kann man den halt auch felsen sprengen wenn man den also so ein kreissymbol rummalt dann läuft das so ein bisschen schneller ne ja ach komm schon ähm ähm ich wollte eigentlich nur ne bombe legen ne komm schon soo ne never we ne 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 Ja, jedenfalls, wir müssen nach ganz unten, könnt ihr euch ja wohl denken. Ja, jedenfalls, wir müssen nach unten, könnt ihr euch ja wohl sagen. Äh, Alter. Ja, super. Ja, komm schon. Ja, und das ist halt die unterste Ebene jetzt hier. So. Komm mal her, hier. Und jetzt sollte es normalerweise hier irgendwo sein. Junge, beeil dich. Jo, es hätte schneller gehen können, auf jeden Fall. Ja, es gibt jedenfalls auch verschiedene Schwierigkeitsströfen von diesen Spielchen. Ja, das ist nämlich das erste Mal, das einzigste Mal, dass man das halt machen kann, machen muss. Wasser. Wasser. Das Wasser fließt wieder. Siehst du auch, wie ich schon sagte, meine Babungswoche lügt nicht. Gut gemacht, Amy. Danke. Dank euch beiden. Was? Werde ich niemals vergessen. Ihr beide könnt jederzeit umsonst ins Badehaus kommen. Oh, ich werde eine heiße Quelle tanzen. Heiße Quellen tanzen. Ehrlich, weiter tanzen. Oh, Mann. Zwitschern. Zwitschern. Oh, Mann. Ja. Und jetzt kriegen wir auch eine neue Technik. Tsch, Amy. Das passiert schon wieder. Nja. Nja. Joa. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das war. Hier war es irgendwas, um das Wasser zu kontrollieren. Ich sehe halt diese konnische Sprande da. Wie ist der? Die kommt doch nicht raus. Och, Mann. Und sie schläft. Ich hatte mich hier versteckt und wanderte unter der Wasseroberfläche. Ich naht nun, Regami, Gott des Waschers. Ich bin glücklich, dir meine Kraft zu verleihen. Befeuchte die duschige Erde und stelle den Glansch-Test der Natur wieder her. Und diese Technik bauen wir halt auch, um, naja, Bushi, Bushi zu helfen, ne? Und so weiter. Nur Regami? Oh, das ist in der Grund des Wassers. Was bedeutet das wohl, dass... Bedeutet dann wohl, dass du die Wasserstrahl-Pinsetechnik bekommen hast? Ach, Eis, 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 Feuer, die Bange! Nein, das Braten war eine dumme Idee. Aber du hast Glück, Amy. Du brauchst ein bisschen Übung. Amy, versuch das Feuer mit der Technik Wasserstrahl zu löschen. Wasserstrahl ist eine Bissestechnik, die sich die Kraft des Wassers zunutze macht. Ziehe einen Strich von Wasser aus zum Ziehen hin. Die Kraft des Wassers wird sich in einer Linie manifestieren und einen Sturm erschaffen genug geredet. Du solltest es lieber schnell probieren, bevor er ganz durch ist. Hier einen Strich von der heißen Fenne aus zum Spatz. Ja. Exzellent! Kein gebratner Spatz für dich, aber zumindest. Kannst du einen Strahl machen, aber das ist doch nicht die ganze Macht des Wasserstrahls. Sehst du das blubbernde Wasser in der Mitte der heißen Quelle? Das nennt man eine Wasserkraftstelle. Die Kraft des Wassers ist dort konzentriert. Wenn du von dem blubbernden Wasser aus einen Strich direkt hochmalst, würde ich wetten... Ernsthaft, was erschaffst du eine riesige Wassersäule? Ja. Ja. Einfach so. Nee. Das ist es, was ich gemeint habe. Jetzt beherrschst du Wasser. Kraftstellen. Hey, ich wusste gar nicht, dass du das weinst. Vielleicht können wir das einsetzen, um Schätze an ruckeligenden Plätzen zu finden. Erschaffe einfach immer eine Wassersäule, wenn du eine Wasserkraftstelle siehst. Joa. Genau. Joa. Und schon haben wir diese Technik. Yay. Und das können wir jetzt die ganze Zeit machen. Ne. Und zum anderen können wir jetzt nämlich auch... Hier. Das Wasser da reinfüllen. Und somit... Kriegen wir denn auch dieses Tor auf. Joa. Und so können wir es dann halt auch mit Mushi's... Ähm... Topf machen. Oder was wir jetzt halt auch machen können. Was eigentlich auch logisch ist, ne. Wir können... Damit... Feuer löschen. Ja. Nö. Nö. Naja, Leute. Aber... Das wird es erstmal gewesen sein für heute wieder. Ne. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Ob da oben auch noch irgendwas war. Naja. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschau. Hallo Leute und willkommen auf meiner M-Card. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist. Falls ihr die schon immer gesucht habt. Oben rechts kommt ihr zum nächsten Part. Falls er schon online ist. Ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo er steht. Ne. Ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr da mal draufklicken. Und könnt ihr da mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Uploadplan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten zwei Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr da mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte und meine kommenden Projekte, die irgendwann tausendprozentig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mir zu PC-Spiele, Playstation 1-Spiele, Playstation 3-Spiele. Da habe ich in ein Reiter zusammengepackt, weil man kann ja Playstation 1-Spiele auf der Playstation 3-Spiele spielen. Xbox 360-Spiele. Playstation 2-Spiele muss ich noch hinzufügen. Und irgendwann mal die Wii U-Spiele, wenn ich dazu komme. Ja Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also Leute, ciao. Ciao.